Bhagavad-Gita, Vers 3, Punkt 18 Ein selbstverwirklichter Mensch verfolgt bei der Erfüllung seiner vorgeschriebenen Pflichten keine Absicht und ebenso gibt es für ihn keinen Grund, diese Tätigkeiten nicht zu verrichten. Auch ist es für ihn nicht notwendig, von irgendeinem anderen Lebewesen abhängig zu sein. Erklärung Ein selbstverwirklichter Mensch ist nicht länger verpflichtet, irgendeine vorgeschriebene Pflicht außer Aktivitäten in Krishna-Bewusstsein zu erfüllen. Wie in den folgenden Versen erklärt werden wird, bedeutet Krishna-Bewusstsein keinesfalls Untätigkeit. Ein Krishna-bewusster Mensch sucht weder bei einem Menschen noch bei einem Halbgott Zuflucht. Was immer er im Krishna-Bewusstsein tut, reicht aus, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ein Krishna-Bewusstsein